Also hier, das Maui der Hexe. Ups. Ich sehe nichts. Ich hätte es vielleicht an einem anderen Ort machen sollen. Interessantes Maui, ne? Wirklich interessant. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe, das wird was. Wir spielen wieder mal die Hexe, natürlich. Und wir haben die Add-ons dabei, dass die Dauer von ausgelösten Phantompfeilen leicht erhöht wird und dass die Entfernung, aus der die Hexe sich teleportieren kann, auch ziemlich erhöht wird. Perks lassen wir so. Und, ähm, ja. Wir müssen mal schauen. Wir haben einen mit einer Werkzeugkiste. Ansonsten sehe ich da niemanden. Schauen wir mal, wie es wird. Ach ja, und wir haben das Memento Mori jetzt reingemacht, was ich letzte Folge total vergessen habe. Und ich hoffe, nicht wieder vergessen werde, weil ich will doch mal irgendwie die Animation vom Memento Mori der Hexe sehen. Beziehungsweise, ich weiß, was es ist. Ich möchte es selbst mal sehen in einer Folge mit der Hexe. Weil es schon ziemlich cool ist. Und eklig. Aber vor allem cool. Ja. Okay. Schauen wir mal, welche Map wir bekommen. Äh. Ich weiß nicht. Ich habe gar nicht so sehr meine Perks reingeguckt. Die Bruin. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen geschlachtet. Outer Haven. Puh. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich weiß nicht. Deckel kochen Schreien Ok, dann gehen wir erstmal weg Wir sind viel Zeit hier vergeudet Gehen wir mal wieder zurück plötzlich Hi David Ok Ok Buddy Block Bill bleibt aus irgendeinem Grund hier Green tut seine Arbeit Das erste Machen wir mal in die Hütte in der Falle hin Und außerhalb des Fensters noch einer Wo sind sie hin? Da hast du verkackt David Da hast du echt verkackt Leider habe ich die Palette jetzt hier runter gemacht Dürfte noch alles gut sein Oh hi Das ist so geil Das ist so das ist so Das ist so Wo ist er? Oh. Gut. Ab in den Keller. Ah, ja, ja. Muss man die Palette hier wegmachen. Störend. Und das regeln wir schön ab. Mein Auge tränt ein bisschen leicht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen konzentriert immer, wenn ich erzähle. Ja, es läuft eigentlich schon ziemlich gut grad. Vier Generatoren, die sind nur beschäftigt die ganze Zeit sich zu heilen und zu retten und was weiß ich. Für ihn tut eine ganze Arbeit. Und sich... Ah, ja, klar. Oh, Mist. Okay. Er ist, glaub ich, nur weggerannt, größtenteil. Ah, er hat Sprundbustion, glaub ich noch. Okay. Darauf hab ich gewartet. Cool. Sehr schön. Sehr schönes Spiel. Gefällt mir sehr. Der Haken hier. Volletig nah in der Hütte. Wir machen noch ein bisschen durch die Hütte durch. Nicht weit ist der Generator. Nicht weit. Grab. Fehler. Obwohl der Bill glaub ich tot ist. Da hab ein bisschen die Übersicht verloren, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaub er ist tot. Ah, doch nicht. Ich hab keine Teile wie das, zu resetten. Ja. Ah, nice. Nice, nice. Ja, gehen wir mal hier zurück. Keine geliebende Zeit. Guck mal Leid, Bill. Vielleicht sollte ich ein bisschen variieren, was die Zeichen im Keller angehen. Nicht immer es an der gleichen Stelle machen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, aber... Ich glaube... Haben wir hier? So. Ist nichts? Das erste? Ah ja, hi. Das resetten wir sofort. Ich habe das Gefühl, ich mache so viel Arbeit und trotzdem sind die Generatoren relativ schnell. Oh, hier ist einer. Ich habe ein bisschen schlecht umgeschaut. Diese Frau war noch gar nicht am Haken. Die Webs retten mir grad echt den Arsch. Die Leute paniken. Wie schaffen die denn nebenbei noch Gefeils-Generator? Und das mit Decisive werde ich verloren. Und das mit Decisive werde ich verloren. Und selbst so... Selbst so ist es mir nicht klar. Das ist mir nicht wichtig, die Leute. Ich habe den Weg benutzt. Das war's. Ich habe den Weg benutzt. Ich schätze es wirklich, dass du es versuchst. Aber du kannst es halt nicht machen, wenn ich direkt daneben stehe. Okay, du kannst aber... Das ist dein Leben gegeben, David. Vielleicht okay. So, der ist noch nicht so wirklich bearbeitet. Mach mal bei uns hin. Vielleicht nicht direkt, aber in der Nähe. So. Und dann ist noch dieser, der ganz weit weg ist. Wenn die einen Schlüssel haben, könnten die hier raus. Oh. Das war gut. Ich dachte, sie würde vielleicht zurück über die Palette rutschen. Das hätte ich nicht getan. Oh, Max. Ich war überrascht, dass sie auf einmal hier stand. Ich war überrascht, dass sie auf einmal hier stand. Das war ein mega spaßiges Spiel für mich. Oh, warte mal. Ich wollte dir das Maul zeigen. Stimmt ja. Ich bin grad so eingefallen. Also, hier. Das Maul ist der Hexe. Ups. Ich sehe nichts. Ich hätte das vielleicht an einem anderen Ort machen sollen. Interessantes Maul, ne? Wirklich interessant. Ich sehe überhaupt nichts. Das war ein lustiges Spiel. Das war ein lustiges Spiel. Unfassbar witzig. Ich hab auch selten so viel Spaß. Tolle Punkte halt. Und jeder von denen kriegt ein positives Feedback, weil sie... Ja, weil sie alle drin geblieben sind. Weil alle nett waren und so. Sehr schön. Einfach weil's faire Sportmänner oder... Sportfrauen waren. Sollt ja nicht... Man soll ja politisch korrekt bleiben, ne? Ist nicht so ganz mein Ding. Okay. Ja, sehr spaßig. Und mein... Niemann sind drin tot war sowieso nicht wichtig. Weil ich bin gar nicht dahin gekommen. Cool. Eine Runde noch. Bis gleich. Okay. Ähm. Nur weil ich jetzt grad jetzt das zufällig freigeschaltet hab. Ähm. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber ich hab mal für das zweite Spiel mir grad mal was... Besonderes ausgedacht. Weil ich grad von beiden Addons zwei hatte. Diesmal hab ich ne ziemlich starke Hexe, glaub ich. Ich hab nämlich... Die Fähigkeit, dass ich... Zu jeder... Ähm... Falle teleportieren kann. Mit meinem Addon. Und... Dass die Überlebenden nicht signalisiert werden, wenn eine Phantomfalle ausgelöst wird von der Hexe. Ich glaube das zusammen dürfte schon ziemlich stark sein. Und ich freu mich schon auf das Match. Ich glaub man muss aber auch ein bisschen die Übersicht behalten, wenn man... Und jeder Falle kann. Ähm... Das kann auch übrigens alle 15 Sekunden ausgelöst werden. Aber normales Teleportieren, also wenn Überlebende über die Falle laufen, gilt nach wie vor. Also ich könnte einfach ne Falle zum Generator machen. Und dann dahin teleportieren. Das wär glaub ich im Speziellen gut, wenn ich wüsste, dass an einem Generator zum Beispiel auch gearbeitet wird. Was nicht der Fall ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher wie viel das hilft, aber... Aber es könnte schon sehr stark sein, glaub ich. Wir werden sehen. Ich wollt's halt doch mal ausprobieren. Und ich hab halt grad die Addon Star. Wir werden sehen. Und gleich starten. Und es ist Skiort am Mount Ormond. Diese riesige Karte. Ideal. Hoffe ich jedenfalls. Ich hab's vielleicht nicht zu viel hier... Vielleicht nicht zu viel hier. Ich muss mal jemanden finden. Ich habe leider nicht gesehen, wohin die hingeschlichen sind. Ok, zetten wir die. Was, ist denn schon ein Generator gemacht worden? Ich habe keine Signalnachricht dafür bekommen. Was ist das? Oh mein Gott, das hat nicht so gut geklappt bis jetzt. Okay, es ist ein bisschen verwirrend. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich bin das noch nicht gewohnt. Ich glaube, ich kriege auf die Schnauze die Runde. Ah, Sprintbus. Sehr gut. Ich habe das nicht gesehen, näher. Ich muss bald jemanden aufhängen. Ist echt ein bisschen verwirrend. Ich dachte, ich hätte hier eine Falle, aber ich hatte dann schon offensichtlich keinen hin gemacht. Ich muss dran immer denken, mal an eine Falle bei einem Ort, wo ich war, zu besetten. Nein ... Nein ... Nein, nein. Okay, ist ein bisschen schwer, weil wir versuchen immer überall zu sein. Alles geht ein bisschen in die Hose. Grün ist weg. Ich weiß nicht wo die Hose ist. Ich weiß nicht wo die Hose ist. Ich weiß nicht wo die Hose ist. Ich bin vielleicht unberechenbar, aber leider auch für mich selbst. Das ist gerade mein Problem. Und ich komme nicht hin. Reicht weiter reicht nicht. Das durchhaut dich einfach. Und mein erster Haken. Das wird nix, aber hey. Kann ja nicht immer laufen. Okay. Meine Fresse ey. Das ist schon mal. Okay, jetzt wünschte ich so ein bisschen, ich hätte das Addon, dass ich schneller Fallen platzieren kann, weil die werden die ganze Zeit ausgelöst, jederzeit. Ich glaube, das ist vielleicht mit was die, äh, mit. Mag, du hast keine Addon, ich habe mich enttäuscht. Aber trotzdem spaßig, auch wenn ich, äh, ziemlich schnell verloren habe. Wir sollten einfach nur gucken, dass sie jetzt schleunigst hier rauskommen. Ja. Ja, gut gemacht. Das war nicht so gut gemacht, ehrlich gesagt. Äh, okay, sie, sie kommt nicht raus, aber ich meine, sie kommt raus, sie kommt nicht raus. Das erste zumindest. Ja, das ist... Haben wir Mech? Ne? So! Was willst du, ich nicht verdient hab? Oh! Was war das? Oh! Ich versuchte sie gehen zu lassen, dann hat sie gestruggelt! Ich bin gemein! Weil das so süß sah, wie sie im Gras saß und einfach nur... Ja, ich weiß auch nicht. Wie ein Pokémon halt. Jeder findet Pokémon süß. Also... Also ich hab keine 3 Kills verdient. Das kann ich euch sagen. Ich hab alles anderes optimal gespielt. Deswegen... Bissin schade für sie. Hm... Oh, da hatte ich nicht ne Quest die Bodenluke zu schließen oder so. Wollte ich mal suchen. Diese riesigen Map. Tja... Ich glaub das wird nichts. Ich könnte mich ja von Ort zu Ort teleportieren. Vielleicht ist es irgendwie so. Direkt in meinem Falle tatsächlich. Moment hab ich nicht an der Falle der hingemacht wegen der Bodenluke. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bissin ein Sie. Das war aber auch ein bisschen ekliges... ...Wirkset, aber ich hab die auch gesehen. Ich war total verwirrt manchmal, wo ich mich teleportiert hab. Das, äh... Das muss man noch ein bisschen üben. Aber es war trotzdem spaßig. Die D-Wire vielleicht. Echt? Brutaler Killer? Ja, Brutaler Killer. Ist okay. Huh. 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 Wer ist denn mein Kommen? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber... Brutaler Killer ist wahrscheinlich sogar in Ordnung. Ich hab... Ich hab nicht optimal gespielt. Muss ich sagen. Okay. Naja. Okay. Gut. Das hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich würd sagen, wir sehen uns dann ein anderes Mal bei Dead by Daylight. Bye, bye, Leute.